In der Justizanstalt Hirtenberg im Bezirk Baden sind am Freitag 121 Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Infizierten stieg damit nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig im Vergleich zum Vortag um 41. In Spitälern im Bundesland wurden 287 Covid-Patienten behandelt. Ein Plus gab es auf den Normalstationen. 5300 Neuinfektionen und vier Todesfälle wurden außerdem binnen 24 Stunden gemeldet. In Niederösterreichs Kliniken befanden sich im Zusammenhang mit dem Virus 257 Personen und damit um 17 mehr als am Vortag auf den Normalstationen und 30 mehr auf den Intensivstationen. 105 freie Intensivbetten standen nach Angaben der Landesgesundheitsagentur für Covid-Erkrankte zur Verfügung. Der Corona-Cluster in Verbindung mit einer im Bezirk Scheibs ansässigen Produktionsfirma vergrößerte sich von 88 auf 88 positiv getestete. Hotspots mit mehr als 20 Infizierten gab es zudem in zwei gleichartigen Unternehmen im selben Bezirk sowie in Betrieben in den Bezirken Amstetten und Zwettl. 78 Erkrankte wurden aus der Asylbetreuungsstelle Dreiskirchen gemeldet. In zwei Pflege- und Betreuungszentren wurden indes Rückgänge bei den Fallzahlen verzeichnet. In einer Einrichtung im Bezirk St. Pölten gab es nunmehr 47 Infektionen in einer weiteren im Bezirk Melk 32. אל gesehen 32 33 31 37 38 40 40